Die Saturn-Pluto-Konjunktion Die Saturn-Pluto-Konjunktion Dabei wird Saturn bereits die ersten Schritte in den Wassermann vollziehen, nämlich von Ende März bis Anfang Juli und dann ab dem 17. Dezember. Trotzdem entfaltet er seine Wirkung noch weitgehend im Steinbock, wo er der Herrscher ist. Auch im Wassermann ist er noch Mitherrscher und deswegen werden uns die Themen des Saturn, nämlich Verantwortung, Prüfungen und Nachhaltigkeit, auch in den kommenden Jahren noch fordern und beschäftigen. Das große Plus ist 2020, dass auch Glücksplanet Jupiter durch den Steinbock geht und sich an dem Planetentreffen beteiligt. Das bedeutet, dass die Konzentration der Macht durch Saturn und Pluto von den Kräften Jupiters positiv beeinflusst wird. Das ist wie ein kosmisches Versprechen, nämlich, dass wir Glück und Erfüllung empfinden, indem wir Verantwortung für etwas Gutes übernehmen. Jupiter bleibt das ganze Jahr 2020 im Steinbock und trifft sich dort mehrfach mit Saturn und Pluto und dadurch werden die Themen Glück und Verantwortung und Macht miteinander verknüpft. Das beste Beispiel dafür ist Elternschaft. Wenn ihr Eltern seid, wisst ihr nur zu gut, wie anstrengend die Verantwortung für den Nachwuchs sein kann und wie oft man von Ängsten geplagt wird, dass es den Kindern auch gut gehen möge und wie sehr man versucht, sie mit aller Macht zu beschützen. Aber es ist eben auch ein ganz großes Glück, wenn man erleben darf, wie die Anstrengungen die Verantwortung Früchte tragen, wenn die Kinder heranwachsen. Oder auch, wenn wir Verantwortung für ein großes Herzensprojekt oder ein berufliches Vorhaben übernehmen und dann das Glück empfinden, wie es blüht und gedeiht. So müsst ihr euch das vorstellen, wenn Saturn, Pluto und Jupiter zusammenkommen, jedenfalls wenn es gut läuft. Unabhängig von der Anwesenheit Jupiters ist die Saturn-Pluto-Konjunktion selbst sehr bedeutend, denn sie läutet eine Zeitenwende ein. Am 12. Januar, wenn sie exakt wird, geht ein großer Zyklus zu Ende und ein neuer beginnt. Der letzte Zyklus dieser Art begann 1982 und läutete die 80er und 90er Jahre ein, die ich persönlich in sehr guter Erinnerung habe. Doch sie fingen an unter dem Eindruck vieler politischer und gesellschaftlicher Krisen. Und auch damals hatten wir schon eine große Umweltbewegung und viele Menschen haben sich Sorgen über den Zustand der Welt gemacht. Da gibt es also einige Parallelen zwischen der Zeitqualität der frühen 80er Jahre und heute. Nur das letztes Mal Saturn und Pluto in der Waage zusammenkamen, diesmal im Steinbock. Das heißt, die Energie ist ernster und verlangt nach einer realistischen Einschätzung der Lage. Wir stehen sozusagen unter stärkerem Druck, jetzt etwas Ordentliches für die Zukunft hinzubekommen. Wir müssen Entscheidungen treffen und dann auch dazu stehen. Und wir müssen langfristig denken. Wie sich das jeweils für euch persönlich auswirkt, das hängt sehr davon ab, in welches Haus eures Horoskops die Konjunktion fällt und welche Aspekte sie zu euren persönlichen Planeten bildet. Ich bin darauf auch in dem Januar-Video für die 12 Sternzeichen eingegangen und natürlich auch im Jahreshoroskop. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, ist es doch sehr wichtig, dass ihr genau darüber Bescheid wisst, wo die Konjunktion in eurem persönlichen Horoskop genau stattfindet. Wenn ihr dies bezüglich Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Die Infos, wie ihr mich erreicht, verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ein Schlüsselwort zur Saturn-Pluto-Konjunktion ist neben Verantwortung, Macht und Nachhaltigkeit auch Druck. Wir stehen als Gesellschaft unter Druck, weil wir immer mehr spüren, wie wir unsere Ressourcen verschwenden und uns Sorgen darüber machen, wie wir unseren Lebensraum erhalten und Mutter Erde besser respektieren können. Und auch in unserem persönlichen Leben haben wir Bereiche, wo wir einen enormen Druck verspüren, Leistungsdruck oder auch Verantwortungsdruck. Das sind die typischen Saturn-Themen. Leistung, Verantwortung, Disziplin und Pluto ist eben Druck oder auch Macht. Das hört sich natürlich erstmal schlimm an und viele haben mittlerweile auch richtig Angst vor dieser Konstellation und ich selber habe ziemlichen Respekt davor. Aber wir können damit auch ganz viel erreichen, wenn wir eben Verantwortung übernehmen, uns einlassen und uns verpflichten. Wir müssen Pläne machen und dann auch dazu stehen und sie durchziehen. Diejenigen, die es gewöhnt sind zu schauen, wo sie Verantwortung übernehmen können und wo sie eine Situation aus eigener Kraft ändern oder gestalten können, werden feststellen, dass ihre Mittel und Hebel sich deutlich verstärken und wirkmächtiger werden. Wenn wir unser Leben einigermaßen im Griff haben, können wir mit dieser Konstellation große Erfolge in dem Lebensbereich erzielen, in den sie im Horoskop fällt. Dann kann sie uns ermächtigen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die sich tatsächlich in einer schwierigen Situation befinden und keine Mittel haben oder sogar ohne eigenes Verschulden in eine Krise hineingeraten sind und die werden es schwer haben unter dieser Konstellation. Doch für sie gibt es 2020 eben auch Hilfe, weil Jupiter dazukommt, der die Härte und Unerbittlichkeit der Saturn-Pluto-Konjunktion abmildert. Jupiter steht für Unterstützung und gegenseitige Hilfe. Wenn ihr also ängstlich seid und euch Sorgen macht wegen dieser Konstellation, dann schaut euch um, mit wem ihr euch verbinden könnt. Schaut auch, welche Hilfe euch gesetzlich zusteht. Mit diesen Sternen wird uns vielleicht nicht unbedingt etwas geschenkt, aber wenn wir uns hartnäckig einsetzen, uns genau informieren und genau wissen, was uns zusteht, dann werden wir es auch bekommen. Für alle diejenigen, die bereits erfolgreich sind, kann das Steinbock-Stellium diesen Erfolg deutlich größer, mächtiger und nachhaltiger machen. Allerdings um den Preis großer Anstrengung. Und das üben wir jetzt schon seit zwei Jahren, seit Saturn und Pluto gemeinsam im Steinbock stehen. Wir können über uns selbst hinauswachsen und Leistungen erbringen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Aber solche übermenschlichen Anstrengungen können natürlich gesundheitliche Auswirkungen haben. Das kann man gar nicht verleugnen. Es verstärkt sich jetzt sozusagen der Trend, den ich schon in meinem Saturn-Video und meinem Saturn-Workshop beschrieben habe. Wir müssen bei allen Erfolgsaussichten sorgfältig unsere Work-Life-Balance im Auge behalten. Sonst droht womöglich ein Burnout. Ich schätze mal, die Ärzte und Heilpraktiker werden 2020 ihre Praxen voll haben mit Leuten, die am Rande des Burnouts zu ihnen kommen. Wertvolle Infos dazu findet ihr in meinem Workshop Saturn-Probleme heilen. Den verlinke ich euch hier nochmal auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Ich will euch jetzt aber mal ein positives Beispiel aus meiner Sicht geben. Ich sehe ja schon lange die Saturn-Pluto-Konjunktion auf mich zukommen. Ich bin Steinbock der dritten Dekade und habe mehrere Planeten im Steinbock, die ihren Einfluss empfangen. Das seht ihr hier, das ist mein Horoskop und hier außen in rot habe ich die aktuellen Planeten eingezeichnet. Und Saturn und Pluto befinden sich hier nicht nur praktisch auf meiner Sonne, sondern auch noch in meinem Partnerhaus. Das heißt also, in Partnerschaften geht es um alles oder nichts, um ganz oder gar nicht, um Verpflichtung und sich einlassen und um langfristige Entscheidungen. Wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich 2019 meinen langjährigen Lebenspartner Ray Merriman geheiratet, wobei wir weiter eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Amerika führen. Saturn steht für Dauer und auch für einen älteren und erfahrenen Partner. Pluto steht unter anderem auch für Extreme und eben für tiefgreifende Entscheidungen, die lange Einfluss haben. Deswegen kann ich mein Beziehungsarrangement gut als Beispiel dafür zeigen, denn es ist wohl recht extrem, mit jemandem verheiratet zu sein, der auf einem anderen Kontinent lebt und es ist eine ziemlich gewaltige Entscheidung. Aber das ist nur ein Teil der Story. Der andere Teil ist, dass sich Saturn bei mir in einem aufsteigenden Businesszyklus befindet. Der geht dann hier weiter rauf in den nächsten Jahren und bis zu meiner Himmelsmitte. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal vor drei Jahren gestartet, also den Kanal gibt es schon länger, aber mit meinen regelmäßigen Monatsvideos habe ich erst 2016 angefangen und ich erwartete aufgrund des Saturnzyklus eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Zuerst stand Saturn noch im sechsten Haus der Arbeit und es war wirklich extrem viel Arbeit, das Ganze hochzuziehen. Und da habe ich immer schon gedacht, wenn Saturn und Pluto erst mal im Partnerhaus über meine Sonne laufen, also mein Sternzeichen, dann wird es spannend. Das Partnerhaus steht nämlich nicht nur für den Partner, sondern generell für Begegnungen und für mein Gegenüber, also auch für das Publikum. Das seid in dem Fall ihr als meine Zuschauer. Und ich habe immer gedacht, das kann für mich einen Durchbruch bringen. Dann werde ich richtig erfolgreich und überwinde die Hunderttausender-Grenze bei den Aufrufen meiner Videos. Dann kann ich mit meinem Kanal zu einem Massenphänomen oder Kultphänomen werden, also natürlich innerhalb der Astrologie. Das ist nämlich auch eine Bedeutung von Pluto. Er steht für die Masse, für die kollektive Psychologie einer ganzen Generation und damit auch für das Potenzial einer Person oder eines Projektes, sich zum Kult zu entwickeln. Auch mein Team hat sich erweitert und ich habe Verbündete dazu gewonnen. Das ist auch ein Phänomen mit Saturn und Pluto. Man kann mächtige Alliierte finden. Ich habe also immer darauf gebaut und gehofft, dass ich das Erfolgspotenzial der Saturn-Pluto-Konjunktion werde ausschöpfen können. Und bis jetzt sieht es damit ziemlich gut aus. Wobei der Preis für diese Ausschöpfung eben auch die Erschöpfung ist, nämlich dass ich teilweise am Rand der Erschöpfung arbeite. Das ist eben auch die Gefahr von Saturn und Pluto, die Selbstausbeutung. Und auch, dass so manche soziale Bindung darunter leidet und ich nicht immer Zeit habe, an lustigen, schönen Aktivitäten teilzunehmen, weil ich halt andauernd arbeite. Das ist jetzt natürlich vor allem das Steinbock-Narrativ. Denn der Steinbock ist ja tendenziell sowieso ein Workaholic. Und Saturn, Pluto und 2020, auch Jupiter, werden diese Tendenz natürlich verstärken. Trotzdem gebe ich euch das als positives Beispiel. Denn wenn ihr mit der Saturn-Pluto-Konjunktion das Bestmögliche anfangen wollt, dann müsst ihr Verantwortung übernehmen und in die eigene Kraft kommen, eure Projekte durchziehen und eure Pläne einhalten. Und zwar verlässlich und langfristig. So könnt ihr euch zum Beispiel darauf verlassen, dass ich euch hier jeden Monat meine Monatshoroskope präsentiere. Und deswegen seid ihr ja auch so treue Zuschauer. Egal wo ich auf der Welt gerade bin oder ob ich krank bin oder nicht, ich ziehe das durch. Das ist eins der Erfolgsgeheimnisse meines YouTube-Kanals. Wenn ihr also die optimale Wirkung aus dem Steinbock-Stellium erzielen wollt, dann müsst ihr jetzt alle so ein bisschen werden wie ein Steinbock. Zuverlässig, diszipliniert und bereit, euch zu verpflichten und Verantwortung zu übernehmen. Das heißt aber nur nicht, dass ihr eure Persönlichkeit verändern sollt. Im Gegenteil, ihr sollt authentisch sein und zu eurem Weg stehen. Das ist sogar besonders wichtig. Auch das ist eine Botschaft von Saturn und Pluto im Steinbock. Bleibt bei dem, was ihr könnt und worin ihr schon besonders gut seid und werdet besser darin. Lasst euch nicht von diesem Weg abbringen und glaubt an das, was ihr tut. Und wenn ihr nicht das tut, an das ihr glauben könnt, ist jetzt die richtige Zeit, um euch nach einer neuen Tätigkeit umzusehen und eure wahre Berufung zu finden. Man muss ehrlicherweise sagen, in der Zeitqualität, die wir jetzt haben, geht es denjenigen am besten, die ihr Ding gefunden haben. Und bei der Umsetzung verspricht eben die zuverlässige Steinbock-Art die besten Erfolge. Hier möchte ich euch noch zwei weitere wichtige Schlüsselworte nennen, nämlich Konsequenz und Nachhaltigkeit. Wichtige Entscheidungen, die wir im Januar, aber auch im gesamten Jahr 2020 treffen, sollten gut durchdacht sein, denn sie werden langfristige Konsequenzen haben. Das ist nicht unbedingt ein Jahr für schnelle Erfolge, aber wir können den Grundstein legen für Projekte von großer Nachhaltigkeit, die unser Leben stark beeinflussen. Umgekehrt können auch Taten und Situationen, die wir leichtsinnig herbeigeführt haben, langfristige und schwerwiegende Konsequenzen haben. Auch das kennen wir schon aus dem Jahr 2019, weil Saturn über lange Monate in Verbindung mit dem absteigenden Mondknoten stand. Wir sollten also inzwischen darin geschult sein, die Konsequenzen unseres Handelns und unser Karma im Blick zu behalten. Und noch was ist total wichtig bei Saturn und Pluto im Steinbock, die richtige Ethik. Saturn und Pluto und dazu noch Jupiter, das ist eine große Machtkonzentration. Es kann zum Beispiel sein, dass wir Angebote und Chancen bekommen, die sehr eindrucksvoll klingen und durch die wir zu Ruhm, Einfluss und Reichtum kommen könnten. Aber dazu müssten wir unsere persönlichen Prinzipien, unsere Ethik und unsere Grundsätze über den Haufen werfen. Ein Beispiel wäre jemand, der selbstständig erfolgreich ist und nun ein hochdotiertes Angebot für eine sichere Festanstellung bekommt, dafür aber alles, was er bisher aufgebaut hat, zurücklassen und sich an Weisungen von oben anpassen müsste. Wenn sich eine solche Gelegenheit bietet, müssen wir uns gut überlegen, ob wir das wirklich wollen, denn es lässt sich hinterher nicht mehr rückgängig machen. Deswegen habe ich eben die Eule der Weisheit auf meinem Buch abgebildet, weil wir solche Situationen nur mit viel Weisheit handhaben können. Wenn das Steinbock-Stellium in Spannung zu eurem Horoskop steht, kann es auch andere Menschen oder Institutionen anzeigen, die große Macht und Einfluss auf euch ausüben und dadurch euer Leben beeinflussen. Und ihr müsst euch gegebenenfalls dagegen behaupten. Auch dann kommt es auf die persönliche Ethik an, wie ihr mit solchen Situationen und Herausforderungen umgeht. Ein weiteres wichtiges Schlüsselwort, was im Zusammenhang mit Pluto oft fällt, ist Transformation. Das ist mehr als nur eine Veränderung. Es ist eine Umformung oder Umwandlung. Das bedeutet, die Entscheidungen, die wir treffen, haben die Kraft, unser Leben und auch das Leben auf diesem Planeten wirklich umzuformen. Der Saturn-Pluto-Zyklus hat transformierende Kräfte. Nur noch mal zur Erinnerung. Der letzte Zyklus brachte den Fall der Mauer und den Einsturz des klaren Feindbildsystems zwischen Ost und West, das wir zuvor noch hatten und das in gewisser Weise für eine weltweite Stabilität gesorgt hat. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Das hat die gesamte Welt politisch transformiert. Ob das nun unbedingt immer zum Besseren war, ist eine andere Frage. Ich würde schon sagen, dass sich vieles verbessert hat. Aber wie immer lässt sich das nicht pauschal sagen, sondern lässt sich nur aus der Sicht des Einzelnen. Jetzt stehen wir wieder am Beginn eines großen transformierenden Zyklus. Der dauert diesmal übrigens 33 Jahre. In dem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass Pluto auch eine Bedeutungsebene als Faktor für gesellschaftliche Massenphänomene hat, die wir nicht kontrollieren können, die aber unser Leben beeinflussen. Seien es kollektive Ängste oder tatsächliche Ereignisse, wie zum Beispiel Strukturveränderungen in unserem Lebensumfeld oder unserer Firma, die uns zwingen, unser Leben neu auszurichten. Wenn die Saturn-Pluto-Konjunktion über persönliche Planeten läuft, kann das sogar auch mit dem Verlust eines lieben Menschen oder einer Trennung einhergehen. Pluto ist eben auch der Krisenplanet und Saturn ist der Prüfungsplanet. Deswegen müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wir möglicherweise durch Krisensituationen geprüft werden. Auch hier kann man sagen, dass die gleichzeitige Anwesenheit von Jupiter dabei mithelfen kann, dass solche Veränderungen oder Krisen letztendlich zu unserer Persönlichkeitsentwicklung beitragen, dass wir bald wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und dass es dann doch ein Happy End geben kann. Wenn ihr euch ein bisschen auf die Zeitqualität einstimmen wollt, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Studiert die Biografien großer Persönlichkeiten. Dann werdet ihr feststellen, dass sie alle immer wieder durch schwere Krisen gehen mussten, die sie aber nicht von ihrem Weg abbringen konnten. Ich habe das in letzter Zeit gemacht. Da gibt es eine tolle Hörbuch-Feature-Serie mit berühmten Persönlichkeiten, die habe ich mir angehört und parallel die Horoskope dieser Menschen studiert. Also solche Leute wie Michelangelo, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Walt Disney, Frida Kahlo oder Astrid Lindgren. Dabei habe ich festgestellt, dass diese Heldinnen und Helden schon im Geburtshoroskop ausnahmslos harte Aspekte von Saturn, Pluto oder Uranus haben. Also keine bequemen Horoskope, sondern solche, die einen ständig antreiben, Krisen zu bewältigen und sich weiterzuentwickeln. Ich denke, so müssen wir das jetzt auch betrachten mit dem Steinbock-Stellium als einen Antrieb, uns weiterzuentwickeln und Verantwortung für unser Leben und unseren Planeten zu übernehmen. Immerhin gestalten wir jetzt eine große Zeitenwende mit. Zum Jahresende gibt es dann genau zur Wintersonnenwende eine weitere große Konjunktion, nämlich die von Jupiter und Saturn im Wassermann. Und mit ihr beginnt eine neue Epoche. Nach 200 Jahren unter dem Einfluss des materiellen Erdelements gehen wir dann in eine neue Ära, in der das geistige und spirituelle Element der Luft stärker betont wird. Dazu wird es von mir natürlich auch ein Video-Special geben. Das waren meine Gedanken zur Saturn-Pluto-Konjunktion und zum Steinbock-Stellium im Jahre 2020. Vieles davon ist natürlich auch in die Deutung eurer Tendenzen in meinem Jahrbuch eingeflossen. Das kann euch schon mal einen guten Anhaltspunkt geben. Und da findet ihr auch aufgelistet, welche Aspekte Saturn, Jupiter und Pluto zu eurem Sternzeichen bilden. Das Buch könnt ihr online bestellen und ich verlinke euch das hier auch noch mal auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr ganz genau Bescheid wissen wollt, in welche Lebensbereiche das Steinbock-Stellium in eurem persönlichen Horoskop fällt, wie ihr diese Energie am besten für euren Erfolg und große Vorhaben nutzen könnt, dann meldet euch für eine persönliche Beratung bei mir. Wie ihr mich erreicht, das verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr interessante Videos von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Dann erfahrt ihr immer automatisch, wenn ich neue Videos hochlade. Empfehlen möchte ich euch noch mein Video über Saturn im Steinbock. Das heißt, die Kunst zu manifestieren und wichtig ist für uns im neuen Jahr auch Chiron im Widder und natürlich euer Jahreshoroskop. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.